Hallo und herzlich willkommen bei RedDogGamble. Ich bin heute wieder auf die Jagdnachend Ticket und heute habe ich das Spiel War and Magic Teil 2. Ach, habe ich Sound an? Ja, ich höre nichts. Ah, da. Meine Box war ein bisschen leise. Aber jetzt höre ich wieder mehr. Oh, schon wieder. Das kann doch nicht sein. Belagerung. Kämpfen. Otto. Kämpfen. Na ja, es soll ja auch nicht langweilig werden. Deswegen werde ich immer wieder angegriffen. Weh, machen wir kaputt. Hey, da reitet durch. Hey, der reitet auch durch. Ah, das werde ich bestimmt verlieren. Erstmal den Priester Kaputauen dahinter. Ah ja, super. Ich kann meinen Drachen beschwören. Ihr werdet bluten, ihr Hunde. Oder Zwerge. Und Schafe. Jawohl, ja. Ey, da lebt noch. Ach, das war ja wohl nichts. Immun. Ach, geht doch. Heu mal ruhig weiter dahinter. Ach, das war der erste Kampf. Allianz. Spende. Ach, plump, plump, plump. Brauchen wir nicht. Erstmal meine ganzen Leute rufen hier, die ich produziert habe. Dann werden wir jetzt, äh, also ich habe gestern noch nicht mal weiter gespielt gehabt. Ich schaue mal hier ein bisschen herum. Portal. Habe ich gestern eigentlich gemacht. Level 1. Was ist das? Oh, das ist ja auch noch was. Level 10. Versteckt. No. Nein, 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 nein. Wenn ich den wieder angreife, dann bin ich wieder für, was war das, halbe Stunde gestern? Nee, 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 nee. Da habe ich keinen Bock drauf. Die Questen mache ich erstmal nicht weiter. Oh, da. Shit. Da. Abholen. Und. Achso, da. Das. Und abholen. Jawohl. Ja. Und eins. Da. Post habe ich auch bekommen. Sieg. Sieg. Niederlage. Sieg. 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 Okay. Rosenmagier. Wer ist denn das? Also das war jetzt gerade der Sieg, den ich glaube ich hatte. Muss glaube ich der sein. Ich weiß jetzt nicht, wie spät ist das. Schauen wir mal bei Spenden nach. Dann spenden wir erstmal schön fleißig alles, was ich kann. Und. Boah, schon bei 7,5 Stunden. 8 Stunden. Warte geht es nicht. Jetzt muss ich 8 Stunden warten. Mission. Abgeschlossen. Dann können wir noch helfen. Oder nicht. Oh. Ich wurde aufgelabelt. Hm. Also. Befördert. Aufgelabelt. Aufgelabelt. Befördert wurde ich. Auf R2. Kriegt das hier wieder weg? Ach. Da. Dann gehen wir mal auf die Hauptseite. Schau wie weit wir jetzt noch kommen. Lass nochmal einsammeln. Portalstein. Leute heilen. Ist auch ganz wichtig. Und. Weiter geht es. Mission. Tägliche Ziele. 20 Monster töten. Das können wir mal schnell machen hier. Ja. Level 2. Nein. Level 2. Automatischer Kampf. Marsch. 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 Äh. Was soll ich nicht angreifen? Level 7. Ich kann alle töten. Bis Level 7. Aber wir fangen mit den kleinen erstmal an hier. Ah. Hier die drei hintereinander gleich. Weg frühstücken. Das ist auch Level 1. Ah. Jo. Ich bin Level 6. Jetzt. Hier ist ein neuer hingekommen. Und hier auch. Halbmensch. Hügelzwerg. Jetzt ein Hügelzwerg. Was ist das? Ein Schleicher. Jetzt kommen die Schleicher. Hier dran. Die sind schon ein bisschen härter. Level 6. Aber. Dann müsst ihr auch noch. Locker gehen. Leicht zu gewinnen. Jetzt müssen die Schwarzherzen. Hier kommen die Schwarzherzen. Da kommt die Schwarzherzen. Da kommt die Schwarzherzen. Nehmen wir den hier noch mal mit. 20 Siege brauchen wir auch. Pügelzwerge. Pügelzwerge. Ah, hier Vampire. 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 Da noch ein paar Halbmenschen. Waren das jetzt 20? Das hier leuchtet schon zwei Quest habe ich fertig. Ich kann ja mal schauen. Ne. Wie viele noch? Sechs. Sechs Stück. Da sind ein paar Vampire. Ach, ich hätte auch hier nachschauen können. Ich habe ja gelöscht gehabt. Schwarzherz. Jetzt habe ich gleich 16 Siege. Und jetzt habe ich 17 Siege. Und jetzt schaue ich noch erstmal ein bisschen. Das sind nochmal Hügelzwerge. Ach, Hügelzwerge. Ich hätte den auch angreifen können. Kann ich das noch machen? Ne. Unterwegs. Okay. Kein Problem. Dann werden die mal überleben. Weil danach werde ich die angreifen. Ich glaube danach die ist nicht so weit weg. Dann bin ich auch schon fertig. So, jetzt kommen wir die Schleicher dran. Und die nächsten Schleicher. Und meine Stimme geht weg. Da ist meine Burg. Hippie Hippo. Mission. Einsammeln. Jawohl. Und die tägliche ist fertig. Ausliefern. Das machen wir jetzt sofort. Weil wenn das wieder so eine halbe Stunde dauert. Und wer ist denn online? Beer Boys online. Das war es vor 21 Stunden. Vor paar Minuten. 44 Minuten. Wer war der letzte online? 44 Minuten. Wer bietet mehr? 35 Minuten. Lana. 14 Minuten. Er hat gewonnen. Ein Handel. Ich gebe dir ein Brot. Das war schnell unterwegs. Und wir müssen gucken was wir jetzt machen. Weil das dauert ja ein bisschen. Ja, das machen wir auch später. Forschung. Forschung ist auch gut. Da. 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 Welcher Rang hat der Zwergenkämpfer? A, B, also Rang D oder Rang E? Ich glaube D. Ich bin ja sowas von schlau. Da nehmen wir Ressourcenforschung wieder. Das machen wir immer abwechselnd. Und weiter geht's mit Mission. Dabei. Später. Ja. Ausrüstung schmieden. Das geht da auch. Schmieden. Ähm. Ich brauche glaube ich. Schuhe habe ich letztens gemacht. Und Kopf habe ich zwei Stück. Dann brauche ich das einmal. Brauche ich auch Hilfe bei. Leerentor. Soldaten rekrutieren. Wo sind denn hier Leerentor Soldaten? Also alles wahrscheinlich dann. Skelettkrieger. Zwergenkämpfer. Ach, weiter geht's gar nicht. Gut. Trainieren. Brunnen der Lebenskraft. Jawoll. Ich habe wieder mehr Lebenskraft. Toten des Glückes. Gewöhnlich reicht. In den nächsten 30 Minuten. Waaaatafuck. Sätene Lager. Geht auch nicht mehr. Doch. Gut. Alles gekauft. Mission abgeschlossen. Ausrüstung den Soldaten. Fels der Zeit. Und jetzt... Allianz. Mission. Altar-Tempel. Da ist einer. Mitten in der Dunkelheit. Das Witzige ist, wenn ich hier lang fliege, es wird nicht aufgedeckt. Erst wenn ich da stehen bleibe. Also ich fliege hier lang, sehe aber nicht, was da ist. Wie doof. Müsste nicht hier so eine kleine, mindestens so ein kleines Feld da sein, wo man sieht, wo man lang fliegt. Alle geheilt. Ja. Falsche. Noch eine geheime Truhe. Welches Level ist das? Fünf. Fünf. Jetzt sind noch Abenteuer. Falsche. Nachrichten sind allianz. Plum plum plum. Sammeln. Territorium. Das kann ich jetzt machen. Im Territorium sammeln. Okay. Wir gehen erst mal zu meiner Basis. Wo ist die? Da. Ah. Immer da. Das ist immer das Zeichen. Okay. So. Und wir benutzen das da oben. Ich dachte gerade, dass sie hier lang fliegen. Dabei hört hier vorne der Strich auf. Der kommt von hier. Und das ist die Kolonne, die ich losgeschickt habe. Ich war gerade voll verwirrt gewesen. Das passiert. Mir zumindest. Auffüllen und marschieren. Jetzt wird gefarmt. Ich hoffe, ich habe nichts anderes vergessen, weil jetzt ist zu spät. Das ist noch unterwegs. Und das mache ich jetzt. Rüstung schmieden. Ist noch dabei. Leeren Tor. Soldaten rekrutieren. Ja. Das ist das leeren Tor. Und da soll ich Soldaten rekrutieren. Habe ich ja gemacht. Diese Zwergen. Das sind ja auch Soldaten, oder nicht? Details. Steht hier, was ich rekrutiere. Nein. Steht nicht da. Naja. Egal. Ähm. Verfügbar. Ausbauen. Auf Level 7. Ach nein. Schon wieder. Schon wieder meine schönen Diamanten ausgegeben. Äh. Diamanten-Goldstücke. Dann kommt jetzt, äh. Die Tagesmission wieder. Dabei. 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 Ausrüstung. Dabei. Dabei. Feilschen. Wird gemacht. Eins. Zwei. Jetzt habe ich zweimal gefeilscht. Verschleustier das erst, wenn ich es gekauft habe. Ach ne. Hat gezählt. Gut. Da. Steht nicht mehr dabei. Also weiter geht's. Aber fertig. Sind dabei. Sind dabei. Sind dabei. Sind dabei. Und das Abenteuer. Dreimal. Wie geht denn schnell hier. Abenteuer-Team. Über strategies. Hier ist ein 2. Schwer ein 2. Schwer ein 2. Schwer. Kann ich schlafen. Geht ihm eine 2. Schwer. Da tauland. Seitdem. Wähle die Anzahl der Objekte aus, die verwendet werden sollen. Es dauert 360 Sekunden und um einen Vorlaher wieder herzustellen, achso ich brauche 100, ja ich habe ja noch genug, kein Problem, kann ich mit Leben. Also bin auch dabei, Nachrichten senden, zwei Stück, mit 20er Combo, ja, senden, wie geht's, senden, hippie, hippo, schreibt, wie geht's, das können wir ja eigentlich alles löschen hier, bam, und alles weg, hm, 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 helfen, naja, es geht ja nur, wenn jemand da ist, der Hilfe braucht, wenn keiner Hilfe braucht, kann ich auch kein helfen, also, weiter geht's. Mission, sammeln, sammeln, alliierten, Täterium, Täterium, Soldaten spenden, das mache ich doch gerne. Oh, ich wollte gerade spenden, wie viel muss ich spenden? noch ein, ach, Mensch, ich war gerade dran überlegen, was mache ich jetzt, nochmal einzu datenspenden, ja, das muss aber jetzt reichen, 10 Stück waren das, immer noch, ah, 30 Einheiten, naja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil, okay, die schon mal nicht, das waren aber 10, hier habe ich schon zwei, so, jetzt aber, eh, schon wieder auf Valianz gedrückt, Spende, Spende, Spende ist fertig, wusste ich doch, Abenteuer läuft, Abenteuer läuft, Allianz helfen, brauche ich jemand Hilfe, nein, da nicht, da sind wir auch bei, Lagerhaus einlösen, okay, einmal, Lagerhaus, und, ich habe nichts zum Einlösen, scheiße, Mist, so, hmm, Welt mit Damen, da muss ich nochmal an, hier blinkt der Abenteuerspiegel, aber, ich muss ein Date mit einer Dame, aber, ich muss ein Date mit einer Dame haben, oh, 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 was passiert, da wohin, da, ähm, warte mal, können wir noch spielen fünfmal sitzen fünffache ok, da ist er in der Mitte wow habt ihr das gesehen da, 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 da äh, da müssen wir dann äh, das geht mir alles so schnell jubi okay, daraus einlösen tägliches kann die Wahl wo ist das tägliche kann die Wahl das habe ich letztens schon mal gesucht ich habe es nicht gefunden ich weiß nicht, was die hier meinen mit dieser Quest tägliche kann die Wahl ich habe mir auch schon alles angeschaut aber aber ich finde hier nicht nichts naja steht denn da was kaufe ein beliebiges Paket ja, sicher eine Tagesquest, wo du einkaufen musst also du Geld ausgeben musst da könnte ich auch sagen ich mache eine Quest, gib mir jeden Tag ein Euro tausche im Allianz Lagerhaus ein Objekt Allianz Lagerhaus Verwaltung Allianz Hauptbuch Objektspende ja war da vorher auch eine 1 ich weiß es nicht ich meine ja aber wir können noch schauen ganz lagerhaus mit kiva gut 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 so anschauen wir jetzt fahren wir von vorn an. Können wir wieder ausliefern? Ausliefern, ach nicht ausbauen, ausliefern. Obwohl das Ausbauen war frei, vielleicht ist es dann schneller. Ah, da nicht mehr. Ok, Handel. Vor 24 Minuten war der online. Handel, Convoy unterwegs. Gut, geht noch nicht. Im Territorium sammeln. Ich bin auch da und sammle noch fleißig. Bin auch schon fast fertig. Wie lange dauert das noch? Eine Minute. Nice. Hier steht noch hi, wie geht es? Keine antwortet. Ja, was soll man dazu sagen? Mir egal. Das finde ich immer gut, dass hier diese rote Punkte sind als Erinnerung. Hier hast du noch was, hier hast du noch was. Weil wenn ich jetzt mal Brettspiele spiele, vergesse ich meistens immer so eine Aktion und ich habe mir auch schon überlegt, ob ich immer so einen roten Punkt mir irgendwo hin mache, dass ich die Aktion nicht vergesse. Zum Beispiel, wenn ich in Dungeon-Building spiele, das sehe ich, dann hat man meistens ja vor sich so einen kleinen Tablet, Spieler-Tablet mit, ich sage jetzt mal hier, mit so sechs Aktionen und dann packe ich da einen roten Punkt drauf, dass ich mich erinnere, dass ich da bin und dann da und dann immer so nach der Einfolge. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Da habe ich mir schon überlegt, ob ich das bei Brettspiel auch mache. Okay, weiter. Der ist noch dabei. Ausrüstung. Die war doch nicht ganz so lange. Ach, es ist still. Und schmiede das nächste. Ein Schwert. Hilfe wäre dabei nicht. Und zweite Soldaten sind beim Ausbilden. Rekrutiere hundert Stück. Hier fehlt doch was. Hier ist gerade was verschwunden. Ah, mein Dingens ist zurück. Mein Magier, der Dingens gebracht hat. Aber ich glaube, den brauchte ich auch gar nicht. Oder? Brauchte ich den? Nein, ich glaube nicht. Nicht für eine tägliche Mission. Fertig. Äh, dabei. 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 Abenteuer. Abenteuer. Abenteuer-Team. Nicht genug Gold. Was? Ich habe kein Gold mehr. Ich habe 16 Gold nur noch. Ich bin eine arme Sau. Training. Das ist gut. Wenn die Priester mal trainiert hier. Da. Da. Dabei. 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 Geht nur dabei. Ja, genau das kann ich jetzt machen. Ich werde angegriffen. Ach, doch nicht schon wieder. Wie, wie kann ich in einem fremdes Territorium, äh, abfarmen. Wie geht das? Hilfe, Hilfe. Ist da wieder so eine Burg? Letztens die war um. Die ist jetzt, die geht jetzt nach unten. Oder wandert die Burg vielleicht? Oder wandert die Burg vielleicht? Ich bin vorbei gerauscht. Nein! Ah, hier, da. Ja, das ist eine andere Burg. Aber, das ist jetzt hier noch. Sammle 5000 bestimmte Ressourcen in verbündeten Territorium. 600 Kilometer entfernt. Was ist verbündetes Territorium? Ich vermute mal, das ist mein Territorium. Wenn ich jetzt wüsste, wo die anderen sind. Vielleicht meine ich auch das hier in den Dunkeln.